Leo Junior Wir sind auf dem Spielplatz. Und hier kommt Leo Junior. Er hat wieder Teile dabei. Schau mal, wie schön die Sonne scheint. Heute ist ein heißer Tag. Die Bäume brauchen Wasser und die Blumen auch. Hallo Leo, was für ein Fahrzeug willst du heute machen? Lass uns die Teile zusammenbauen. Die Kabine Zwei Sitze Das Fahrgestell Die Stoßstange Sechs Räder Drei kommen an diese Seite und drei an die andere Der Schlauch Der Wassertank Das Lenkrad Leo, wir haben einen Wasserwagen gebaut. Aber die Spritzen fehlen ja Kannst du sie suchen? Aha Sie müssen hier irgendwo auf dem Spielplatz sein. Kleines Boot Weißt du, wo die Wasserspritzen sind? Nein, es weiß es nicht Nein, es weiß es nicht Vielleicht sind sie im Sandkasten Leo, schau genau hin Leo, schau genau hin Leo, schau genau hin Und was haben wir hier? Eine Mütze Wenn es sehr heiß ist und die Sonne scheint, sollte man eine Mütze aufsetzen oder einen Sonnenhut. Genau Unser Wasserwagen ist fertig Mal sehen, ob er funktioniert Der Schlauch kommt an den Tank Jetzt abrollen Und Wasser pumpen Jetzt kommt der Schlauch wieder an seinen Platz Und weiter geht's Als erstes gießen wir die Blumen Schau mal, wie sie sich freuen Und jetzt den Baum Und jetzt den Baum Das hast du gut gemacht, Leo Schau mal, wie sie sich freuen